Hörst du das, Papa? Die schwarze Maschine. Sie haben sie angeworfen. 18 Stockwerke tief unter der Erde. Auf der einen Seite stecken sie den Menschen rein. Und rauskommt, was sie sich wünschen. Sieh an der Häuptling. Der Super-Häuptling. Häuptling nix verstehen. Hatte sein Frühstück und will auf den Kriegspfad. Alle Patienten in den Tagesraum. Medikamente. Lieber Gott, wir danken dir für den Seelenfrieden, den wir sogleich empfangen werden. Genau, Billy. Schreib's auf. Wir sollen doch. Klar, hol dir ein Goldsternchen neben deinen Namen. Du schreibst alles auf, was ich sage. Ich schreib auf, was du gemacht hast. Knaub, ihr beiden. Morgen, Leute. Verdammt schöner Herbsttag, was? Neuzugang, Papa. Jetzt müssen sie ihn ans Kontrollgerät anschließen. Sie haben jeden Mann verkabelt und in unsere Köpfe Sender gepflanzt. Im Fußboden sind Magnete, sodass wir nur dorthin gehen können, wo sie wollen. Mich interessiert dieser Punkt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich dieser Mann als Psychopath ausgibt, um der Plackerei des Arbeitslagers zu entgehen. Nun, Mr. McMurphy, was ist damit? Sehe ich wie ein gesunder Mann aus? Ich wette, dass die Schwester innerhalb einer Woche irre wird. Vielleicht eine andere Therapieform? Woran denken Sie? Wollen Sie mich an ihr kleines Ladegerät anschließen? Zu Ihrem eigenen Besten, Randall. Blödsinn. Nimm deine Hand jetzt hoch. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der arme Mann kann Sie nicht einmal hören. Nimm die Hand hoch. Da oben. Du weißt, ich werde gefeuert, wenn die Wind von der Sache hier kriegen. Du bringst Stoff mit, Turkey. Ach ja? Ja. Eine Flasche Wodka und eine Scotch. Welche willst du? Fänden irgendwie beide gut. Hey, was sollen wir dann trinken, ja? Ihr sollt gar nichts trinken. Au! Alles klar, Baby? Jemand hat mir in den Arsch gekniffen. Möchtest du, Bilibibit, diese Frau nehmen und festhalten, bis die Ablösung der Nachtsicht kommt und unser Gelage endet? Ich wer will. Die anderen sind schuld. Sie haben sich über mich lustig gemacht. Wer, Billy? Sie haben mich ausgelacht. Sie haben mich beschimpft. Wer, Billy? Es ist alles in Ordnung, Billy. Keiner tut dir was.